Kommunikation mit der Natur Was wir erleben, wenn wir in die Natur eintauchen, kann unser Tor in ein tiefes und beständiges Bewusstsein des Tao sein. Wir lernen den unbeschreiblichen Geist kennen, der die Welt informiert. Das, was wir das Tao nennen, ist eine alles durchdringende, nicht begriffliche Intelligenz. Dieses Informationsprinzip drückt sich in den trilliansten Organismen und Ökosysteme aus, aus denen die Biosphäre dieses Planeten besteht. Selbst ein flüchtiger Blick auf die Komplexität der Natur lässt keinen Zweifel daran, dass eine zugrunde liegende Ordnung vorliegt. Zeit zu investieren, um die Natur kennenzulernen, wird mit einem tiefgreifenden Verständnis des komplexen Lebensnetzes belohnt. Wir lernen uns als untrennbar mit allem um uns herum verbunden kennen. Der Dichter Rumi hat es so schön ausgedrückt, dass wir uns nicht als Tropfen auf den heißen Stein, sondern als Tropfen auf den heißen Stein kennenlernen. Enge Verbundenheit mit der Natur ist befreiend und entführend zugleich. Und es ist kostenlos. Die Intelligenz, die der Natur zugrunde liegt, möchte, dass sie ihren Geist damit verbinden. Für jeden Schritt, den sie auf das Tao zugehen, wird das Tao einen Schritt auf sie zugehen. Das Tao, oder die Natur als ihr Stellvertreter, möchte dich in der Mitte treffen. Es möchte ihnen die Gabe geben, der Weisheit zu kennen, die Gemeinsamkeiten bei all ihren Bemühungen zu besetzen. Was ist das Wesen der Erleuchtung? Über Kulturen und verschiedene religiöse Traditionen hinweg besteht eine bemerkenswerte Übereinstimmung in der Beschreibung des Phänomens Aufklärung. Die Essenz dieser Beschreibungen besteht darin, ein glückseliges Gefühl der Verbundenheit mit allen Dingen zu haben. Sehr verschieden von dem egoischen Gefühl, eine individuelle Identität zu sein, getrennt und von der Umgebung verschieden. Diese neue Realität lebendig werden zu lassen, geschieht auf natürliche Weise, wenn sie das Bewusstsein für das Tao fördern. Die Kommunikation mit der Natur ist eine hervorragende Möglichkeit, dieses Bewusstsein zu fördern. Erleuchtung entsteht, wenn dein Bewusstsein die Welt der getrennten Formen überschreitet und die verbundene Realität erfährt, die unter den Erscheinungen liegt. Um dieses Bewusstsein zu kultivieren, erinnern Sie sich daran, dass alle Einheiten im Universum vorübergehend sind. Sie entspringen der ursprünglichen Quelle, existieren eine Zeit lang und lösen sich dann in der Quelle wieder auf. Es gibt keine Ausnahmen. Sie und ich sind Ausdruck dieser zugrunde liegenden Quelle und wir teilen das gleiche Schicksal wie alles andere. Ein moderner Physiker könnte sagen, dass es im Universum eine ständige Bewegung von Energie zur Materie und zurück zur Energie gibt. Stellen Sie sich ein animiertes Yin-Yang-Symbol mit seiner Spiralbewegung vor. Überlegen Sie, wie ein sich bewegendes Fraktal aussieht. Dies sind Darstellungen dieser zyklischen Bewegung zwischen Materie und Energie. Es ist verlockend für uns, er an den Menschen und Dingen in unserem Leben festzuhalten. Der Schmerz, den wir empfinden, wenn uns etwas Kostbares genommen wird, ist die Hauptquelle allen Leidens auf der Welt. Dies ist ein zentraler Punkt, den der Buddha in seinen Lehren hervorhebt. Es ist also unsere Herausforderung, dieser Bewegung der Materie zur Energie nicht zu widerstehen, das heißt, wenn etwas, das wir lieben, zum großen Dau zurückkehrt. Wir müssen aus der Notwendigkeit eine Tugend machen und diese Bewegung annehmen und uns dem Fluss ergeben. Sich dem Fluss hinzugeben bedeutet, die egoischen Vorstellungen davon, wer du bist, loszulassen. Alle diese Ideen beziehen sich auf temporäre Aspekte ihres Selbst und sind daher nicht das wahre Sie. Lass sie freiwillig los, anstatt dich an sie zu klammern, bis sie schließlich mit Gewalt weggebracht werden. Betrachten Sie die daoistische Metapher, dass wir alle im großen Fluss des Lebens schwimmen. Wir können mit oder gegen den Strom gehen. Der Fluss hat keine Meinung dazu. Einige beschließen, Widerstand zu leisten und gegen die Strömung zu schwimmen. Früher oder später werden sie erschöpft und sind enttäuscht, dass sie kaum Fortschritte gemacht haben. Bald schweben ihre leblosen Körper metaphorisch auf See. Aber der weise Schwimmer weiß, dass wir alle dazu bestimmt sind, aus dem Fluss her auszufließen, wenn er am Ende ihres Lebens auf das große Jenseits trifft. Sie akzeptieren, dass es die Realität des Lebens ist und widersetzen sich nicht. Sie schwimmen friedlich mit der Strömung, genießen jeden Moment ihrer Reise und erreichen das Meer in dem Wissen, dass dies immer ihr Ziel war. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass sie beim Schwimmen mit der Strömung zu früh am Meer ankommen. Die Flussmündung in dieser Metapher ist kein Fixpunkt. Sie erreichen den Ozean, wenn sie ihre Lebenskraft erschöpft haben und vielleicht ihren inkarnierten Zweck erfüllt haben. Wenn sie mit der Strömung schwimmen, machen sie gute Fortschritte und sparen gleichzeitig Energie. Über Achtsamkeit Achtsamkeit ist eine gute Übung, unabhängig davon, was sie tun. Wenn sie sich der Natur bewusst sind, werden sie schnell merken, welche eine Fülle subtiler Details in jeder natürlichen Umgebung enthalten ist. Nehmen sie ihre fantasievolle intuitive Seite in Anspruch und beachten sie diese Details einfach, ohne die Informationen in Kategorien zu verarbeiten und die Dinge mit Etiketten zu versehen. Entspannen und Verschmelzen Die Spannungen und Belastungen, von denen die meisten Menschen im 21. Jahrhundert in Städten betroffen sind, haben einen starken Einfluss auf das Erleben des Dau in der Natur. Die Dramen des Alltags erzeugen chronische Spannungen, die unser normaler Zustand sind. Aber in der Natur herrscht die meiste Zeitstille und Ruhe. Die Natur fließt sanft in sich ruhig entwickelnden Zyklen. Heftige Energiestöße wie Stürme sind die Ausnahme, die die Regel beweisen, dass sich die Natur die meiste Zeit sanft entwickelt. Gleich 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 Suche diese Ruhe und identifiziere dich damit. Lassen Sie diese stresserzeugenden Gedanken los und synchronisieren sie durch tiefes Atmen Ihren inneren Raum mit den langsameren, entspannteren Rhythmen der Natur. Vergangenheit und Zukunft existieren in dieser Denkweise nicht, sondern nur in der Gegenwart. Sie können diesen Zustand den verschmolzenen Präsenz mit einer Einstellung gesteigerten Bewusstseins erreichen, jedoch ohne das mentale Geschwätz. Sie fangen an, die Natur als einen riesigen Fluss intelligenter Energie wahrzunehmen. Diese Passage aus Hermann Hesses Roman Sedata verdeutlicht diesen Punkt auf wunderbare Weise. Unter den Tausenden von Reisenden, die den Fluss überqueren wollten, gab es jedoch einige, vier oder fünf, denen der Fluss kein Hindernis war. Sie hörten seine Stimme und hörten zu, und der Fluss ist heilig geworden sie, wie es für mich gilt. Der Fluss hat mich gelehrt zuzuhören, du wirst auch daraus lernen. Der Fluss weiß alles, man kann alles daraus lernen. Hermann Hesse Bedingungslose Liebe und Mitgefühl Indem sie ihre innere Welt an der äußeren ausrichten, entsteht ein starkes Gefühl der bedingungslosen Liebe zu allen Dingen. Dies ist das Dau, das in dein Bewusstsein kommt. Sie haben zunehmend das Bedürfnis, anderen im Geiste des Mitgefühls zu helfen. Dies kann in Form spontaner, freundlicher Handlungen oder als Vorauszahlung erfolgen. Die Intelligenz, die die Natur durchdringt, manifestiert sich in ihnen als Intuition, Quellenbewusstsein. Wenn sie in der Denkweise der bedingungslosen Liebe und des Mitgefühls verweilen, spüren sie intuitiv, dass sie an der Schwelle einer großen Erfahrung angelangt sind, die des reinen Bewusstseins des Dau. Keine Worte können das glückselige Eintauchen in diese Erfahrung beschreiben. Es soll zu ihrer ursprünglichen Natur zurückkehren und wird als freudiges Heimkommen erlebt. Das Dau, das auch die Quelle genannt werden kann, wird als formloses klares Licht erlebt, von dem sie wissen, dass es niemals geboren wurde und niemals sterben wird. Im tibetischen Buddhismus wird die Quelle poetisch als leuchtende Pracht des farblösen Lichts der Leere beschrieben. In deinem Kern bist du dieses klare Licht, diese glückselige, reine Intelligenz, die die Seele des gesamten Universums ist. Das Erkennen dieser tiefen Bindung kann sie von der Angst vor dem Tod befreien und die Art und Weise, wie sie über diesen ängstlichsten Aspekt des Lebens denken, nachhaltig verändern. Sie sind wie ein Regentropfen, der in den Ozean fällt und mit etwas unendlich Größerem, aber qualitativ ähnlichem eins wird. Die Illusion der Trennung ist verschwunden und sie sind ein glückseliger, integraler Bestandteil der gesamten Schöpfung. Indem sie den Mut aufbringen, das, was von ihrem egoischen Selbst übrig bleibt, hinter sich zu lassen und diese Erfahrungsschwelle zu überschreiten, haben sie einen erwachten Zustand erreicht und werden niemals derselbe sein. Jetzt besteht die Herausforderung darin, ihr Quellenbewusstsein zu bewahren und weiterhin im Tao-Bewusstsein zu verweilen, obwohl die irdische Welt nach Aufmerksamkeit ruft. Damit ist meine Wiedergabe von Lao-Tzus klassischem Tao-Diching abgeschlossen. Ich hoffe, es macht dir so viel Freude, wie es mir gegeben hat, es zu schreiben. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!